Ja, moin ihr Zauermäuse. Ich möchte mit euch heute reden über die Geschichte des Dresscoats oder anders gesagt, warum der Anzug, den wir heute kennen, eigentlich auch nur der Jogginganzug des viktorianischen Zeitalters ist. Aber machen wir mal einen Schritt zurück, mal wieder zu Bo Brummel Anfang des 19. Jahrhunderts. Bo Brummel ist ein Vertreter der Dandys und in dieser Epoche, in der Regency Era, werden einige Standards gesetzt, die wir heutzutage in der klassischen Herrenmode für gesetzt halten. Deswegen fangen wir hier mit der Geschichte einfach mal an. Die Regency Era übrigens ist streng genommen die Zeit zwischen 1811 und 1820. Sie heißt Regency Era, weil George III. in dieser Zeit zwar noch lebt, aber nicht mehr regierungsfähig ist, weswegen George IV. Prinzregent wird, deswegen Regency. Die Regency Era ist eingebettet in die Georgian Era von 1714 bis 1837. Die heißt Georgian Era, weil die Könige alle George hießen. George I., II., III., IV. und endet dann 1837. Dann kommt Queen Victoria. Die regiert dann bis 1901. Das ist das viktorianische Zeitalter. Dann kommt King Edward. Die Edwardian Era reicht dann bis 1914. Dann beginnt der Erste Weltkrieg. Und ab da bezeichnet man auch in Großbritannien die Zeitalter nicht mehr nach den Monarchen, sondern nach Erster Weltkrieg, Interwar Period, Second World War und so weiter. Das mal als kurzer Exkurs zu diesem Zeitalterbegriffen. 1805 ist streng genommen noch vor, kurz vor der Regency Zeit. Brummel lernt in dieser Zeit übrigens den späteren King George dann übrigens beim Militär kennen. Was einer der Gründe ist, warum Brummel so einen großen Einfluss auf die Mode am Hof in Großbritannien hat. Brummel und die anderen Dandys etablieren in dieser Zeit im Prinzip den dunklen Frack mit weißem Hemd zur, ja man könnte sagen, Standard-Tagesgarderobe. Das, was vorher Tagesgarderobe war, wird in etwa ab dem frühen 1900 dann als Abendgarderobe getragen. Und das hat System, da werden wir später nochmal zu kommen, also das, was hier rechts ist, also was noch als Abendgarderobe getragen wird, ist ein Justocor mit einer Kniebundhose. Und auch ganz wichtig, ganz interessant, der Zweispitz, vielen vielleicht auch als Napoleon-Hut bekannt, das ist im Prinzip die Abendgarderobe dieser Zeit. Ab etwa 1840, und wer eben aufgepasst hat, weiß, das ist jetzt das frühe viktorianische Zeitalter, etabliert sich dann eine neue Tagesgarderobe. Wir sehen hier links einen G-Rock und das, was vorher Tagesgarderobe war, nämlich der dunkle Frack mit weißem Hemd und so weiter, in einer gewissen Variation natürlich, wird damit dann zur Abendgarderobe. Kurz darauf entsteht dann das, was wir heute als Anzug kennen, damals noch als Sack-Suit oder Lounge-Suit bekannt, weil Sack, also wirklich geschnitten wie ein Sack, weil das Ding so gerade war, ja, noch bevor es wirklich auf den Straßen sichtbar wurde, tatsächlich als bequeme Heimgarderobe gedacht und deswegen eben auch gerade geschnitten, weil das einfach mehr Raum lässt. Um 1890, also im späten viktorianischen Zeitalter, müssen wir jetzt anfangen, ein bisschen zu differenzieren zwischen formeller und semiformeller Tagesgarderobe. Die formelle Tagesgarderobe ist so ein bisschen aus dem G-Rock entstanden, der immer noch getragen wird, aber nicht mehr ganz so häufig. Das ist der Cut hier, also wenn man einen G-Rock nimmt und vorne den Abstich der Jacke so schwungvoll wegschneidet, dann erhält man einen Cut, deswegen heißt er auch Cut-Away. Und ja, auf der rechten Seite hier im Prinzip die Nahfolge des Sack-Suits, beim Herren in der Mitte immer noch sehr gerade geschnitten, wie ein Sack eben, bei den beiden Herren links und rechts davon, ja, vermutlich so eine Art Tweet-Stoff, schon mit ein bisschen Taille versehen, das was so semiformelle Garderobe, also was man beispielsweise im Büro tragen würde. So, die Abendgarderobe zu dieser Zeit kennt auch semiformell, beziehungsweise informell in diesem Fall und formell. Semi- oder informell ist hier der Smoking-Suit, also das, was zu Hause bequem getragen wird, wenn man enge Freunde oder Familie empfängt. Und das rechts, was man vor allen Dingen in der Öffentlichkeit trägt, der gute alte Frack. White Tie hat sich hier noch nicht so entwickelt, wie wir das heute kennen. Man sieht, dass hier beispielsweise eine schwarze Weste getragen wird. Das würde man heute nicht mehr machen. Es gibt auch Beispiele aus dieser Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, wo zum Frack tatsächlich Kummerbund getragen wird, in der Regel aber so frühe Formen des Kummerbunds, also im Prinzip eine Seidenscherpe. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen wir langsam zu den Dresscodes, wie wir sie auch heute kennen. Denn um die Jahrhundertwende herum vereinigen sich die Konzepte Smoking-Suit und Tailcoat zu dem, was wir heute als Smoking in Deutschland oder Frankreich kennen oder eben als Dinner-Suit, Dinner-Jacket in Großbritannien oder als Taxido in den USA. Daher auch die Begrifflichkeit. Also wir hatten vorher den Smoking-Suit mit bestimmten Details, beispielsweise der Schalkragen, gerne auch der Einsatz von Samt oder diese Knebelverschlüsse, auch gerne so überschlagen, sozusagen als Zweireiher geschnitten. Deswegen hier rechts etwas, was eher ein bisschen motiviert ist durch diesen Smoking-Suit. Und links, was in Großbritannien auch eher beliebter war, der Smoking, wie er vom Tailcoat, also vom Frack, inspiriert ist. Und daher kommen auch die verschiedenen Begrifflichkeiten. Deswegen sagt man in Großbritannien eben eher Dinner-Jacket oder Dinner-Suit aufgrund des Anlasses, zu dem das Ganze getragen wurde. Und in Deutschland und Frankreich sagt man eher Smoking, weil man hier eher aus dieser informellen Ecke kam. Und das Ganze ja eine Vereinigung von Frack und Smoking-Suit, also von diesen beiden Konzepten ist. Genau. Warum das in den USA Tuxedo heißt, habe ich in meinem ersten Begrifflichkeitsvideo mal erklärt. Mache ich jetzt an dieser Stelle mal nicht, sondern empfehle euch, das Video auch zu sehen, falls ihr das nicht schon getan habt. Und was dann auch noch dazu kommt, ist der sogenannte Stresemann. Den kennt man in Großbritannien nicht unbedingt genau so, sondern man spricht ja eher vom Strollersuit. Und das ist aber ein bisschen was anderes oder ist eher so ein Überbegriff. Das ist einfach ein dunkler Spazieranzug, deswegen Stroller. Das, was wir als Stresemann kennen, ist quasi eine sehr spezielle Art des Strollersuits, des Spazieranzugs. Und zwar geht das zurück auf Gustav Stresemann, unseren damaligen Außenminister, der es leid war, diese langen Cut-Jacken, wie sie vom Herrn in der Mitte, der sich hinter der Zahl 1920 versteckt, noch getragen wird. Der war diese langen Jacken-Light, die sind nämlich etwas unpraktisch und hat dann, wenn er zum Beispiel von einer offiziellen Veranstaltung außer Haus ins Büro kam, einfach diese lange Jacke abgelegt und ein normales schwarzes Jackett angezogen. Die schwarze Weste und die graue gestreifte Hose blieben aber dann an. Und ja, das ist das, was wir heutzutage als Stresemann kennen. Und das sind im Prinzip auch alle Elemente dieser traditionellen Dresscodes. Also wir haben formelle Tagesgarderobe und Abendgarderobe, Cut und Frack. Wir haben die semiformelle Tagesgarderobe, Stresemann und Smoking. Wir haben den Anzug als, zumindest teils von der gesehen, semiformelle Garderobe und dann eben diesen ganzen Wust, Smart Business Casual. Das Ding ist, auch das ist für den Durchschnittsbürger schon nicht mehr realistisch, denn ja, so ein Durchschnittsdeutscher, für den ist ein Anzug, ein dunkler Anzug, eigentlich schon das Höchste der Gefühle. Das, was zu wirklich formellen Abendanlässen oder eben ins Büro getragen wird, aber selbst da schon nicht mehr. Die Krawattenpflicht gibt es ja beispielsweise auch nicht mehr. Das heißt, eigentlich müsste man das jetzt noch nach rechts erweitern durch das, was heutzutage, ich sag mal, Tagesgarderobe ist, also Jeans und naja, wenn es hochkommt, noch ein Hemd oder eben Jogginganzug. Und ja, es wird spannend zu sehen, wann der, wann quasi die noch informellere Garderobe als der Jogginganzug kommt und der Jogginganzug dann sozusagen zu unserer formellen Abendgarderobe wird und wir im Jogginganzug in die Oper gehen oder ins Kino, ins Theater, ins Büro oder auf ein Date. Das war's auch schon. Danke fürs Zusehen. Abonniert meinen Kanal. Für euch ist kostenlos. Mir hilft es sehr. Morgen kommt das nächste Video. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt sie in die Kommentarsektion. Ich mach dann irgendwann ein Antwortvideo. Auf, wir singen, mitunter stampen sind, Vielen Dank.